Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs und soll ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir über ein Achievement bekommen. Und zwar schimpft sich das Toy Jiggles Lieblingsspielzeug und dafür müssen wir ein Pad draußen haben. Ich habe mir jetzt mal hier für einen Murloc entschieden und dann können wir das irgendwo hin pointen. Und zwar hier hinten, dann gibt es einen kleinen Laser und das ist dann wie bei Katzen. Katzen, die gehen ja auch immer auf Laserpointer und das Pad springt da quasi hin und schnappt sich den Laser. Das Ding hat zwei Minuten Abklingzeit und das Toy bekommen wir über einen Erfolg und zwar schimpft sich der Erfolg neun jenseitige Leben. Für dieses müssen wir insgesamt neun Pads streicheln, neun Katzen, die wir in Maldraxxus finden. Ach, denn Maldraxxus, eins quasi in einer Instanz. Und zwar müsst ihr dann einmal hier nach Seuchensturz rein und zu dem ganzen Achievement hatte ich ja schon ein Video gemacht. Ich hänge euch das jetzt hinten mit dran, wo die ganzen Positionen von den Katzen sind, dass ihr das quasi nachspielen könnt. Hier am ersten Spot bei der ersten Katze sind wir einmal in Seuchensturz drin. Heißt, wir befinden uns einmal hier in der Instanz Seuchensturz. Dort könnt ihr in jeglicher Schwierigkeit reingehen und dann müsst ihr durch bis hier zum Endboss, beziehungsweise kurz vor dem Endboss. Wir haben nämlich den dritten Boss umgehauen, gehen dann hier runter, springen in dieses Becken und normalerweise müsst ihr ja geradeaus zum Boss laufen, hier. Und jetzt gehen wir nicht geradeaus, sondern gehen hier links rum, wenn ihr hier runterfliegt. Und zwar gehe ich jetzt nochmal zurück zum Becken. Einmal hier, da kommt ihr eigentlich raus. Hier geht es zum Boss und wir wollen hier, wenn wir zum Bossraum schauen, rechts in diesen kleinen Gang rein. Und wenn wir da reingehen, dann nach links laufen, haben wir hier das erste Pad. Und zwar H-Ball heißt das. Das klicken wir an und können streicheln. Also wenn wir mit dem Dings dran stehen, dann streicheln wir es. Wir kriegen auch einen Debuff. Ihr wurdet vollgeschleimt. Und dann haben wir H-Ball einmal abgeschlossen damit. Also nochmal, ihr müsst einmal nach Seuchensturz rein und in Seuchensturz quasi den dritten Boss umhauen. Endboss könnt ihr natürlich auch noch machen. Ich habe es jetzt mal gemacht, dass ich den noch umgehauen habe. Habe mich einfach spezifisch reingecueht hier unter Seuchensturz. Ich war jetzt hier im HC drin. Im NHC dürfte es aber auch gehen. Dann sind wir jetzt am zweiten Spot. Und zwar beim gestiefelten Glibber. Und der befindet sich jetzt in Maldraxxus in den Außenbereichen. Und zwar hier bei den Koordinaten 50, 60. Und ihr müsst unter die Brücke rein. Und wenn ihr unter der Brücke seid, dann haben wir hier den gestiefelten Glibber. Den können wir anklicken, ausstreicheln. Und ja, ich habe den tatsächlich auch schon so mal gefunden. Einmal abgehakt. Und dann können wir weiter zum nächsten gehen. Nochmal die Koordinaten hier unter der Brücke 50, 59. Dann sind wir am dritten Spot. Und zwar hier unten bei den Koordinaten 65, 50. Hier in der Nähe von der Mauer. Und dort haben wir, also hier ist die Mauer, wie ihr seht. Und dort haben wir einen, der schimpft sich Neid. Und den können wir jetzt mal als nächstes streicheln. Zack, sind wir auch wieder vollgeschleimt. Also hier an der Mauer 65, 50 ist das. Dann sind wir am vierten Spot. Und zwar haben wir hier Mr. Jigglesworth. Wir sind einmal hier bei den Koordinaten 64, 22. Also Haus der Rituale hier oben bei den Koordinaten 64, 22. Da müsst ihr ganz nach oben hochlaufen. Und hier seht ihr das. Neben dem Turm vorbei. Und dann haben wir einmal Mr. Jigglesworth. Wahrscheinlich angelehnt auf Mr. Bigglesworth. Das Pad von Kel'Thuzad. Dem Boss in Naxxramas. Jetzt gucken wir mal, dass wir ihn erwischen. Der Jigglesworth, der fliegt da nämlich ein bisschen komisch rum. So, dann haben wir den vierten Knight. Ne, Chaos, da kämen wir nachher noch hin. Den hatte ich nämlich vorher schon. Dann sind wir am 15. Spot angekommen. Und zwar hier oben auf den Koordinaten 49, 17. Beim Haus der Augen hier. Und dort befindet sich, wenn er hier so ein bisschen in dieses Zerbrochene reinläuft. Also sprich, wir kommen hier von außen. Und dann gehen wir hier, da wo das Zerbrochene ist, ein bisschen nach oben. Und da seht ihr, hockt Chaos. Und das ist auch einer, den ich schon hatte. Tun wir jetzt aber trotzdem nochmal anklicken. Zack, gibt es auch wieder vollgeschleimt. Dann brauchen wir jetzt noch vier Stück insgesamt. Dann sind wir am sechsten Spot. Der ist gar nicht so weit von der Nekropole, wo wir gerade waren, weg. Und zwar hier auf den Koordinaten 50, 27. Also hier oben ist das Haus der Augen und hier den Weg runter. Und den habe ich jetzt ein bisschen suchen müssen. Der ist nämlich nicht unten, sondern hier oben auf dem Knochen. Und dann könnt ihr hier an dem Stein hoch auf den Knochen rauf. Und dann könnt ihr hier Limone anklicken. Und dann haben wir Nummer 6 auch eingetütet. Dann kommen wir jetzt zum siebten Spot. Und zwar befinden wir uns jetzt hier in der Nähe von der Höhle. Bei den Koordinaten 47, 33. Und dort beim Höhleneingang haben wir so einen Pilz. Also hier ist der Höhleneingang. Hier ist so ein Pilz. Und da oben befindet sich unser nächstes Pad. Und es schimpft sich Mondrostopheles. Und das klicken wir gleich mal an. Streicheln das. Und dann fehlen uns nur noch zwei. Und wie ihr hier hochkommt, will ich euch jetzt mal zeigen. Also ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht aufs erste Mal schaffen. Aber wir gucken. Also hier ist der Höhleneingang. Und jetzt lauft ihr hier an dem Pilz hinten rum. Hier zwischen den Pilzen rein. Dann hierher. Und dann... Oh fuck, jetzt bin ich runtergeflogen. Okay, wir probieren es nochmal. Also hier außen rum. Hier hoch. Da rum. Und dann einmal... Ich glaube, das gestaltet sich wie... Also ihr müsst auf diesen einen Pilz und dann auf den anderen Pilz. Und dann dann dieses GS dran. Aber ich kriege es gerade jetzt nicht ganz so hin. Ah ja, genau. Hier so hoch. Und dann... Ja, aber jetzt klicken wir das mal lieber weg. Dann wollen wir hier auf die Wurzel drauf. Und von der Wurzel können wir dann nach oben springen. Also ich habe da ein paar Trice gebraucht hier. Ah, seht ihr? So funktioniert es. Und dann kommt ihr hoch. Also es ist ein bisschen tricky. Man muss ein bisschen rumjumpen. Und ja, aber es ist nicht unmachbar. Na, ihr habt es gesehen. Ich habe jetzt drei Anläufe gebraucht. Dann sind wir hier hochgekommen. So, da la. Dann sind wir am achten Spot. Und zwar befinden wir uns jetzt hier unten bei den Koordinaten 34, 53. Und dort haben wir gleich zwei Mobs in der Nähe. Erstmal hier den ersten. Und zwar schimpft sich der Miau Melade. Und den klicken wir jetzt mal an. Also der ist hier direkt in dem Lager an so einer kleinen Kiste. Ihr seht, hier ist die kleine Kiste. Dort haben wir ihn drin. Und da oben haben wir den Weg entlang. Beziehungsweise hier ist dann diese Weggabelung, die ihr hier oben seht. Hier unten ist dann der bei 34, 53. So, und jetzt laufen wir ein bisschen hier den Weg nach oben. Also hier nach oben. Und dort haben wir nämlich gleich noch einen. Jetzt sind wir nämlich bei 8 von 9. Und hier hoch, also über die Weggabelung rüber, haben wir rechts am Weg den letzten. Und zwar den Rotz. Und der befindet sich hier bei den Koordinaten 31, 57. Das ist der letzte, den wir anklicken. Und dann haben wir tatsächlich alle Achievement ploppt auf. Und wir müssten jetzt dann wahrscheinlich, weiß nicht, ob wir das im Inventar haben oder schon in der Box einmal eine Belohnung bekommen. Das gucken wir uns dann nachher noch an. Beziehungsweise schauen wir uns das in einem Toy Guide uns an. Achievement ist soweit fertig. Und ja, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, ich habe es euch einigermaßen gut zeigen können, wo die einzelnen Katzen sind. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachspielen. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.